Hallo und herzlich Willkommen beim Team F-Podcast Beziehungshelden. Hier inspirieren wir Dich, wie Du Deine Beziehungen noch mehr genießen, heilen und leben kannst. Wir wünschen Dir viel Spaß dabei. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beziehungshelden. Ich bin im Urlaub, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ich tange gerade Sonne, genieße das Meeresrauschen und lasse einfach mal die Seele baumeln. Ich hoffe, Ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, ein bisschen abzuschalten, die warmen Tage zu genießen und vielleicht auch einen kleinen Ausflug oder eine Reise zu machen, um neue Energie zu tanken, schöne Momente mit Freunden und Familie zu verbringen und einfach das Leben zu genießen. Lass den Alltag mal hinter Dir, schalte einen Gang runter und gönn Dir eine Auszeit. Egal ob Strand, Berge oder auf dem Balkon, Hauptsache Du kannst die Sonne und die freien Tage genießen. Und dazu kannst Du natürlich durch den Podcast stöbern. Ich habe jetzt echt Wahnsinn schon 142 Episoden aufgenommen. Das ist echt schon eine ganze Menge und sie sind auch sehr, sehr vielfältig und ich denke, da ist für jeden was dabei. Und könntest Du mir noch einen Gefallen tun? Könntest Du den Podcast ein Feedback geben? Ich habe in der Beschreibung einen Tally-Link und ich würde mich riesig freuen, wenn Du uns hilfst, den Podcast besser zu machen durch Dein Feedback. Und ich sage jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wie geht's weiter nach der Sommerpause? Ich habe auf meiner Liste so spannende Themen und ich freue mich echt riesig darauf. Zum Beispiel eine Staffel Singles. Wie alles begann mit der Team F Single-Arbeit? Wir sprechen über Vorurteile gegenüber Singles, aber auch Verheiratete. Wie hält man die Warterei aus? Und es wird drei Episoden geben mit Experten aus der Team F Akademie zum Thema Scham und Beschämung, Grenzen und Gefühle. Und ich habe einen wunderbaren Talk schon aufgenommen mit drei Männern. Und sie beantworten Community-Fragen zum Thema Mannsein. Und ich habe noch weitere tolle Ideen und auch das gehört dazu, liebe Community, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Was interessiert Dich jetzt gerade? Was bewegt Dich? Worüber sollten wir unbedingt mal sprechen? Oder wen sollte ich auch mal einladen? Also ich bin für alle Ideen und Impulse offen, weil dieser Podcast ja auch, ja, was bringen soll auch für Dich und für Dein Beziehungsleben. So und außerdem war ich zu Gast auch bei einem Podcast einmal bei Singelfreuden als verheiratete Person. Und ich war bei die Macht der Worte zum Thema Ehevorbereitung. Also dort dürft Ihr auch gerne mal reinhören. Und ja, gebt mir auch da mal Feedback. Wie fandet Ihr das? Konntet Ihr für Euch etwas mitnehmen? Und jetzt wünsche ich Dir eine ganz wunderbare Sommerzeit. Ich wünsche Dir ganz viele schöne Erlebnisse, viele Fotos, viel Erholung. Pass gut auf Dich auf, bleib gesund und munter und wir hören uns bald wieder mit frischen, spannenden Themen. Bis dahin, genieß den Sommer und mach das Beste draus. Deine Simona Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit Dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast.team-f.de Und wenn Du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.